Die Reihe der Sammlermünzen Klimazonen der Erde hat mich überrascht, weil ich gar nicht so weit gedacht habe, dass deutsche Münzen sich prägende Motive aussuchen, die über unser Land hinausgehen. Und stelle fest, dass prägende Motive unserer Zeit, unserer Welt eben doch über unsere Grenzen hinausgewachsen sind. Und das ist ein, also das einende Moment von Münzen, sich auf deutschen Sammlermünzen wiederfindet. Die Sammlermünzen Klimazonen der Erde schlagen einen Bogen zu dem Thema, das uns im Moment wahrscheinlich am meisten beherrscht, die Furcht vor dem Klimawandel. Für die so polare Zone, das ist die Münze, die in diesem Jahr herauskommt, wünsche ich mir, dass diese Münze noch in vielen Jahren in Kinderhänden liegt und ein Kind sagen kann, da will ich hin, in die so polare Zone, da wo die Rentiere wohnen. Unsere schlimmsten Befürchtungen wären, dass dieses Motiv auf der Sammlermünze so polare Zone eines Tages nicht mehr existiert, weil der Klimawandel sein Übriges dazu getan hat. Was uns prägt? Münze Deutschland.